Tor 6 Justin Kirsch Heilbronner Falken Natürlich darf DEL 2 Urgestein Justin Kirsch auch nicht fehlen. Seit knapp sieben Jahren geht der Kanadier in der DEL 2 aufs Eis, vier davon alleine für die Heilbronner Falken. Dass der 30-Jährige diese Liga liebt und es liebt zu treffen, zeigte er mit diesem Tor. Er steht eben da, wo ein Stürmer stehen muss, braucht nach dem Pass von Tonsch nur noch die Kelle reinhalten, um den Treffer zu machen. Rundlein Falken